Bis Johanni, nicht vergessen, sieben Wochen Spargel essen. Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Und dran denke, in jedem Späßle steckt auch ein Quendle ernst. Wenn es knallt, ist hoffentlich ein Sektkorken. Ja, ja, Spargel, sicher, ist eine Option, aber kann ich da auch Buletten dazu haben? Wenn es klopft, ist hoffentlich der Geldkurier. Ich esse Spargel am liebsten mit Butter und Salz. Wenn es platzt, ist hoffentlich der Wechsel. Mein Freund, ich sag dir, wie es ist beim Spargel, ist es wie beim griechischen Philosophin Sokrates. Er hat schon gewusst damals, der Kopf ist das Wichtigste. Und wenn es schirst, ist hoffentlich der Spargel. Ja, jetzt klar, klar, logisch, hier im Frühjahr kannst du noch so, hier mal schön, wie so ein Gemüselula zwischen die Maisfelgen klemmen und so weiter und so fort. Einfach da sagen, Brutluke auf, rein mit dem Spargel und fertig, ab. Ich mag einen Spargel am liebsten karamellisiert. Mit Erdäpfchen, Zitrone, einem guten Öl und einem Berggas. So wie man im Schneiderbräuhaus im Tal kriegt. Mh, ein Traum. So wie man im Schlag wieder rauskommt. Ja, also atmen. So wie man im Schlag gehört. So wie man im Schlag gehört,anta. Man. So wie man im Schlag wieder flavorsen ist, вещи dieuffy. Ein Missäge. Und so mother in Schlag. Diese había Besonder.